A.J., ich komme. War das jetzt das Ende? Und man spielt jetzt das nach der letzten Season. Also das, was da passiert ist, man ist ja auf der Suche nach A.J. gewesen. Sollte der Mist. Sollte der Mist. Das ist nicht wert. Sollte der Mist. Gebeten Aber ich lasse nicht einen von euch sauvagen einen Kind nehmen! Er musste leider sein. Ich fand ihn nicht anders. Ich hab die Betriebe für den Schatz nicht einsch Execten. Ich habe jetzt die Huhn an und die Erkarten geöffnet. Der ist nicht so warm, was ich bin ein Teil gegangen für den Schatz. Ich werde mich auf dem Schatz auf den Schatz auf den Schatz auf den Schatz zu eingehen. Ich muss mich auf dem Schatz auf den Schatz auf wiederholen. Es tut mir leid. Oh. Oh. Das war mein Fehler. Ich hätte nicht schießen brauchen. Oh. Warum schieße ich auf jeden Fall? Oh. 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 Ich werde dich wegziehen, okay? 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 Das war doch so, oder nicht? Oder gibt es auch ein Ende, wo es nicht so ist? Ich werde dich wegziehen, okay? Ich werde dich wegziehen, okay? Clem? Ja, das ist richtig. AJ? Okay? Don't worry, okay? We're gonna be okay. Everything is gonna be okay. I know where we'll go. We'll go find ourselves a new home. Together. And I'll never leave you again. And I'll never leave you again. So ein Versprechen sollte man nie geben in so einer Welt. Versprechen. 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 Ich glaube, die anderen sind mit ihm, oder? Was? Hab dich! Ja! Lass den Fisch in Ruhe! 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 Na, 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 na! Wo, wo, wo bleiben die? Oh Gott, sieh die schnell! Wie soll ich? Hab dich! Lass den Fisch in Ruhe! Lege den Speer weg! Gehen nach Tür... Gehen nach Tür... Gehen nach Tür... Ich muss das... Gehen nach Tür... Ich soll Willi sagen, das ist hier, in case wir brauchen mehr Bombs. Gehen nach Tür... Überlebenskünstlerin! Nicht ganz! Gehen nach Tür... Sieh? N, der. Tim? Als Hey, Jake. Hey. Everyone thought you'd die. Because, you know, you're you. No, I'm okay. Good. I'm sorry about this. I'm sorry I didn't listen to you or Clint. I'm sorry. I don't know why I mess up all the time. I'm just... I thought a lot about it. I felt a lot of love. It's also cool, Entscheidungen zu treffen. Es sind auch ziemlich viele, deswegen ist es nicht in so einem komischen... Ich hatte Angst, weil... du bist du. Es ist wahrscheinlich wegen der Trauma, die es auf mir ist. Clint hat mir gesagt. Wir müssen nur einen Doktor finden, um dich zu retten. Ich glaube, wir werden niemals einen Doktor finden. Ich glaube, sie sind alle weg. Nein, sie ist nass und stinkt. Nein, sie ist nass und stinkt. Nein, meine Haare ist zu big auf meine Haare. AJ? Why did it take you so long to come back? At first, I was ashamed. So I followed the river for a long time. Just thinking about Vinnie and... Yeah? I found their bodies. I saw what the walkers did to them. They were just bones and stuff. Meat. I could still tell who they were. By their clothes. Did you bury them? Yeah, under some rocks. Good. Do you know what Night Eve means? No. Clem never taught me that one. Do you remember that drawing I made for you the night Brody died? With the house, the walkers, and my sisters and me? I remember. You said you sometimes drew your sisters like the walkers left them instead. You put it on the wall in a room. You drew me in. And Clem. Naive means you think a certain way, because you don't know the way it really is. When I saw Vinnie's body for real, how the walkers left her, I realized those drawings were stupid. That house will never be real. I'll never meet my sisters again. The only thing real is when we're alive. I don't think I really know anything about the world, AJ. I think you do. Can you teach me to be like you instead? The way I think just gets people in trouble. Okay. Everything I know, I'll tell you about it. First of all, it's never go alone. First of all, it's never go alone. Tennessee? Thank God. Hey, Ruby. We gotta get you home. I swear. I'm so hungry. I bet. You coming with? Whoa. You found it? How did you... Tin did. You guys go. I'll catch up. I'll be okay. Let's go home? Baby. Let's go home. Find the room.